So, Brigitte Schneider von STV live und unterwegs da wo das Leben tobt, heute tobt das Leben in Karlsruhe, warum? Wir haben Stadtfest! So ist es, wir haben Stadtfest! Ja! Wir gehen früh und singen Bumsfallraaab! Ja, aber ernstes Thema, ne? Ernstes Thema. Onkologie ist ein ernstes Thema, ne? Ja, es ist ein ernstes Thema, genau. Ja, genau. Und wir brauchen Leute, die unsere Button kaufen. Ja, dafür müssen wir jetzt mal Reklame machen und für Spenden, weil wir tragen uns nur durch Spenden. Genau. So ist das Leben. So ist das Leben. So ist das Leben. Werden wir über den Sender einfach rüberbringen. Genau. Hier werden die Buttons gekauft, hier wird gespendet, weil das ist ein wichtiges Thema, ein ernstes Thema. Und ein ernstes Thema. Wir machen durch. Jetzt ist Schluss jetzt. Jetzt ist genug. Jetzt ist genug. So, das an meiner Seite ist die Frau... Zurowskis. Vom... Onkologischen Arbeitskreis.